Eine persönliche Erfahrung, die ich in letztes Zeit gemacht habe, ich die Schwierigkeit, Fremdsprachen lernen. Wann immer ich mit B2 Bücher sitze, ist mein Sohn es gewohnt, bei mir zu sitzen. Er sagte immer, Mama, kann ich das erklären? Er erzählte es immer in wenigen Minuten. Und zu meiner Überraschung erzählte er die Hausaufgaben, mit denen ich stundenlang zu kämpfen hatte, in wenigen Minuten. Insgesamt betrachtet fällt Kindern das Fremdsprachenlernen in der Regel recht leicht, weil sie spielerisch entfasst unbewusst lernen. Zudem ich ihr Gehirn noch sehr flexibel und für verschiedene Strukturen offen. Also fing ich an, ihnen meine Muttersprache durch Schreiben beizubringen. Und mein Mann und ich begonnen, auf Englisch und in der Amtssprache meines Landes Hindi zu sprechen. Jetzt können meine Kinder sehr gut Englisch sprechen und Hindi leicht verstehen und sie haben angefangen, kleine Wörter meiner Muttersprache zu schreiben. Du hast sie aber familysey und Nebenversprache zu holen. Untertitelung des ZDF, 2020